hallo liebe freunde der zahltag strategie ich bin's wieder nils gaiovi und zwar zurück am heimischen schreibtisch in meinem schönen städtchen borgsdorf es ist ein bisschen kälter hier als in der karibik aber wenigstens scheint heute mal die sonne ja zu den unangenehmen pflichten die man zu erledigen hat wenn man nach langer abwesenheit wieder daheim aufschlägt gehört buchhaltung buchhaltung ist etwas was für jeden unternehmer eine gruselige vollzeitbeschäftigung werden kann und auch für den ernst zu nehmenden investor ist die buchhaltung etwas zu dem mich einige fragen erreicht haben nämlich wie schaffst du es deine ganzen positionen zu managen wie zeichnest du das auf diese ganzen aktienkäufe die options trades nun angefangen hat das mal mit einer ganz einfachen excel tabelle und das empfehle ich einfach jedem der sich in die buchhaltung ein bisschen rein vertiefen möchte machen sie sich eine tabelle mit ihren kaufdaten also das datum wann haben sie gekauft welche stückzahlen welches aktien symbol zu welchem kurs sind sie eingestiegen dann mit der zeit kam eine neue spalte dazu die hieß dividenden das heißt ich habe dann eingetragen welche dividenden wurden in diese in dieser aktie bereits gezahlt schließlich als ich mit dem optionshandel angefangen habe kam eine weitere spalte hinzu nämlich was habe ich bereits an options prämien eingenommen ja später kamen dann immer neue bedürfnisse dazu zum beispiel wollte ich wissen ob ich bestimmte sektoren oder industriezweige stärker oder schwächer richten muss also habe ich das ganze mit einem torten diagramm verknüpft und herausgekommen ist am ende eine ziemlich umfangreiche excel tabelle die ich heute fast täglich pflege immer dann wenn eine dividende gezahlt wurde wenn ein options trade eröffnet oder geschlossen wurde wenn eine aktie gekauft oder verkauft wurde eine zweite tabelle die ich führe das ist mein dividenden kalender die mitglieder des inner circle und die teilnehmer des webinars kennen das sowohl die portfolio tabelle als auch meinen dividenden kalender sind zwei tools die sowohl die teilnehmer des webinars als auch des seminars als auch die teilnehmer beziehungsweise die erwerber der dvd zur zahltagstrategie kostenlos zur verfügung gestellt bekommen mittlerweile ist die ganze buchhaltung recht umfangreich und da habe ich mich entschlossen etwas geld in die hand zu nehmen es gibt eine trading tagebuch software die heißt trading diary pro das ist eine software wo ich jeden morgen auf knopfdruck meine daten von meinem broker importieren kann es werden dort also die aktuellen kurse eingespielt es werden alle trades eingespielt die am vergangenen tag abgelaufen sind man kann das auch einmal in der woche machen dann muss man eben nur einmal am freitag oder sonnabend seine trades dort einspielen und das schöne an dieser software ist dass ich zum beispiel keinerlei kopfschmerzen mehr habe was das umrechnen von währungen euro in dollar und all dieses ganze hin und her angeht eine sehr bequeme lösung die mich glaube ich 130 euro gekostet hat und einmal im jahr zahle ich dafür 45 euro eine sogenannte maintenance fee denn die broker verändern gern mal die schnittstellen zum export der daten und das wird von dieser software firma automatisch aktualisiert für mich ist das die bequemste lösung aber nicht jeder muss wirklich für 120 euro oder 150 euro eine software kaufen eine excel tabelle tut es auch wichtig ist dass sie überhaupt aufzeichnungen führen machen sie daraus keinen vollzeit job aber halten sie sich das immer wieder vor augen was mir mein lehrer dr alexander l dabei gebracht hat zeige mir einen trader mit guten aufzeichnungen und ich zeige dir einen guten trader nur wenn sie wissen wo ihr geld hingeht wo es bleibt dann werden sie auch wissen wo sie irgendwann einmal verbesserungspotenzial haben und deswegen sind aufzeichnungen etwas was man überhaupt nicht auf die lange bank schieben sollte fangen sie sofort damit an denn es macht wirklich keinen spaß nach einem jahr all die ganzen transaktionen nachzuarbeiten das hat den charme der jahressteuererklärung und darauf kann ich gerne verzichten wenn es um ihr geld geht sollten sie also genau buch führen darüber in diesem sinne passen sie drauf auf auf ihr geld ich wünsche ihnen weiter viel erfolg alles gute noch eine schöne vorweihnachtszeit ihr nils gaiovi